Wisst ihr, wenn ein Projekt schon so lange auf Eis liegt, beziehungsweise noch nicht mal auf Eis, sondern einfach so lange schon rumliegt, ohne dass es irgendwie gestartet wurde, dann ist es schon komisch. Ich habe ja eine externe Festplatte, auf der ich dann so ziemlich alles gespeichert habe, was meine Projekte angeht. Und dort ist auch ein Ordner, der nennt sich Let's Play Batman Uncrim Asylum. Ja, das Lustige an der ganzen Geschichte ist jedoch, dass dieser Ordner Videos enthält, die am 20.06.2011 erstellt wurden. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange dieses verdammte Spiel schon auf meiner Liste steht. Und heute habe ich es endlich geschafft. Servus, gut, und hallo, und hallo, zu Let's Play. Batman Uncrim Asylum. Wir haben den guten Betsy. Und Yoka. Batman Uncrim Asylum war so ziemlich das meistverkaufteste Spiel 2009. Muss man so sagen, wie es ist. Es war eine komische, ja, es war komisch, genau, nein. Es war ein Spiel, das in sämtlichen Verkaufs-Charts Monate, wirklich monatelang, ob er eins war. Und das nicht zu Unrecht. Die Grafik zu diesem Zeitpunkt revolutionär. Das Gameplay. Auch hammerhart. Klappe, Clown. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Hä? Wirklich? Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest, du zerknitterst den Anzug. Ja, den äußerst Geschmack von Anzug. Ja, willkommen in Arkham Asylum, in der Intensivstation. Arkham Asylum, die, wie sagt man so schön... Das Spiel, das auf gut Deutsch, beziehungsweise die Psychiatrie für Superbösewichte. Ja, ja. Wir sind übrigens in der Opening-Cutscene. Wir sind in einer spielbaren Cutscene. Das mag man eigentlich gar nicht glauben. Das nicht-erforderliche Personal muss immer weichen. Aha. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine, haha, Hasschen da zurück zu kehren. Ich finde dieses Düm-Dü-Dü-Düm... ...sehr, äh, äh, ja. Sehr nervenwürbend und so. Frank Bowitz. Wir werden ihn noch ein bisschen öfter sehen. Des Weiteren haben wir hier... ...einen unbekannten Soldaten. Hier auch. Hier auch. Und... ... ihn. Mr. Joker. Wir wissen, wer Joker ist, oder? Die deutsche Sekonstimme dürfte übrigens jemandem bekannt sein. Batsnacks? Genau, Batsnacks. Äh. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, die Synchronstimme von Joker dürfte einem übrigens bekannt sein, wenn man ein Dragonball-Z-Fan ist. Weil die Synchronstimme von Joker aus Arkham Asylum sowie Arkham City, was dann wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, auch noch kommen wird, ist... ...nicht, niemand anderes als die Synchronstimme vom Zauberer Bar-Bidi. Hier haben wir Dr. Young. Bleiben Sie hinter mir! Sieht sehr interessant aus. Wir werden auch mit ihr noch ein bisschen was sehen. Gut. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltzleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltzleiter-Idiot. Du entkommst mir niemals. Ich mag dieses Lachen. Ganz ehrlich, ich mag dieses Lachen. Ähm, englisch im Original wurde Joker übrigens von, ähm, niemand anderem als Mark freaking Hamill gesprochen. Der zum Teufel ist Mark freaking Hamill. Der gleiche Kerl, der übrigens auch den Watcher aus Darksiders gesprochen hat. Beziehungsweise andere Jokers aus sämtlichen Animated Series oder was weiß ich was. und jemand anderen als Luke Skywalker gespielt hat. Den ursprünglichen. Das ist Mark Hamill. Unabhängig im Zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen. Wohl in den letzten zwei Stunden. Es scheint, dass... wir wissen ganz genau was hier kommen wird oder ein psycho ich denke nicht dass es ein psycho ist wenn man seinen reflexen folgt ja niemand anderes als killer croc aber dass das ein killer croc hält erstaunlich wow das ist groß hi ah killer croc da bin ich ja mal sowas von froh dass der hier eingesperrt ist oder wir ihn nicht irgendwie großartig und die nicht irgendwie großartig bekämpfen müssen da bin ich ja sowas von froh ich und meine verdammte mein verdammter optimismus aber die schule brauche eigentlich nicht ich kann mir helfen aber irgendwie sieht joker verdammt sauber aus nach dessen dass er jetzt hier gerade irgendwie von batman festgenommen wurde naja relativ hat ich dir nicht gesagt dass du still sein sollst oh frankie du solltest wirklich lernen dein fettes maul zu halten das bringt dich noch in schwierigkeiten aha sag mir eins du würdest niemals zulassen dass ich dich so leicht schnappe was willst du wirklich was auch sehr interessant ist das ist überall dass man hier sogar die bartstoppeln sieht weil zu dem zeitpunkt wo das spiel rausgekommen ist war diese animation sehr aufwendig man möge sich auch mal den neoprenanzug angucken wo man sogar noch die kleinen poren sehen kann also es ist generell sehr detailreich gehandhabt man möge auch mal hier ja verdammt was macht er bleib wo du bist holt deine taschenlampe strahlt ihn an hey als ob man joker vertrauen könnte als ob schusserlaubnis erteilt du bist also zurück du hast drei von meinen jungs getötet als du hier ausgebrochen bist drei ja ich werde mich sicher das nächste mal mehr anstrengen wie wärs wir könnten 100 versuchen ah joker mit seinen verdammten witzen ey unglaubliche scheiße aber er wird Witzen machen lange nacht jim joker überfällt das rathaus nimmt den bürgermeister als geisel und überlässt es mir mich mit den spezialkommandos den medien und dir rumzuschlagen ja das war eine höllische nacht hoffentlich die letzte die wir jemals mit ihm hatten das sieht nicht gut aus moment tut mir leid batman nur für alchem personal ich versichere ihn wenn jemand qualifiziert ist dann ich danke ihnen für die unterstützung aber das wurde die gewalttätigeren patienten aufstechen oh ich glaube er spricht über dich fans fühl dich nicht wie ein fremder du bist dir immer willkommen nee ich muss sagen es ist gut wieder hier zu sein irgendwie habe ich ein dummes gefühl bei der sache er hat fast ohne kampf aufgegeben das gefällt mir nicht wenigstens ist er wieder da wo er hingehört her 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 joker ist auf der flucht alarmiert in anstrengenschein das war mein controller und dort ja ja harley quinn ist auch wieder da dr harley quinn sell viermal lasst die party beginnen gucken wir denn mal das ist übrigens der detektiv modus und wir haben hier auch noch sowas wie ja das muss wehgetan haben das muss doch wehtun ja wir haben wir und wer kennen könnte auf y die möglichkeit angriffe auszukontern x hingegen ist es normales schlagen b ist ein kleiner ja ich sag jetzt mal verteidigungsangriff das muss wehgetan haben ja keine sorge die gegner sind nicht tot sie sind nur ein wenig beschäftigt ich sehe schon der wächter verstorben wie schaut es mit ihm aus ok da sagt er es auch tot ich weiß jetzt noch nicht wie sie es geschafft haben ok ja aber zuerst gibt es natürlich noch was anderes was ich zu erledigen habe weil ja die ist gut so wir können einmal wir haben hier beziehungsweise charakterbiografien wie ihr gerade unter erkennen könnt was im endeffekt mir eine ganze menge arbeit erleichtert weil dann brauche ich nicht mich vorher informieren damit ihr euch was erzählen kann ja außerdem haben wir hier noch Quincy Sharp unwichtig Le Joka Beruf Brusa war ja genau und unseren Wertenherrn Libertamanda Brusa Weiden 1939 ist Bruce Wayne das erste mal erschienen ebenso wie unser werter Freund Commissioner James Gordon allerdings was ich persönlich interessant finde Batman Nummer 1 Joker gab es erst seit dem ersten Batman Comic er ist zwar nach wie vor der älteste bösewicht den Batman überhaupt hat allerdings muss man dazu gestehen er war wahrscheinlich nicht der erste dies ist eine sogenannte Riddler Trophäe von Edward Nigema beziehungsweise Eddie Nashton die Sache ist er erschien erst mal so frei nach dem Motto neun Jahre nach dem ersten Auftauchen von Batman beziehungsweise acht Jahre nach Nummer 1 und ja ich sage jetzt mal sein Job ist es einfach nur irgendwelche Rätsel zu stellen in diesem Spiel hingegen ist er paradoxerweise auf unserer Seite weil seine Rätsel zu fehlen das im Endeffekt was er uns ja die ganze Zeit vor hält dafür sorgen dass wir Erfahrung kriegen dazu später mehr außerdem muss man berücksichtigen wir können wie ich auch die ganze Zeit habe mit X angreifen Y können wir counter B ist so ein kleiner Betäubungsangriff und dann haben wir den A Button normal macht der A Button nichts wie ihr uns schwer erkennen könnt allerdings wenn wir beim Laufen A drücken legen wir einen Sprint ein beziehungsweise laufen ein bisschen schneller ebenso wenn wir zweimal A antippen können wir springen wir haben ebenso den rechten Taster ich spiele die PC Version logischerweise mit der wir uns ducken können was war das was war das und ebenso können wir uns an den Ecken verstecken boah das war nicht geplant der linke Taster wenn wir den drücken können wir unseren Batarang beziehungsweise unsere ausgewählte Waffe wie ihr uns schwer erkennen könnt habe ich noch 8 Slots halt waren das 8 3, 6, 7 Slots mehr können wir unsere ausgehaltene Waffe nutzen mit dem rechten Taster entsprechend werfen ebenso können wir einmal ganz schnell antippen für einen äh für einen normalen Angriff linker Button Detektiv Modus wird später noch von Bedeutung sein rechter Button wird später von Bedeutung sein beziehungsweise werden wir dann später noch mal so ein bisschen genauer erklärt haben dies sind kleine Zähnchen die Zähne sind interessant da vorne haben wir alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen die Dosen müssen umsetzen Warnung Sicherheitslücke auf Ebene nicht gut Warnung Sicherheitslücke auf Ebene 2 2 Aye Warnung Sicherheitslücke auf Ebene 8 Aye Warnung Sicherheitslücke auf Ebene 1 Yay Au Das muss doch wehgetan haben Ja wir haben eine Actionkamera wenn wir dann entsprechend einen Gegner besiegt haben Naja Des Weiteren haben wir Barbara Gordon Oracle Barbara Gordon war das erste Batgirl in dem Sinne wurde dann aber durch einen Schuss ins Rückenmark von Joker lebensbedrohlich verletzt hat es knapp überlebt und es seither an einen Rollstuhl gefesselt seither ist sie arbeitet sie mit Batman zusammen allerdings muss man dazu gestehen dass sie eigentlich mehr so sein Informationsvögelchen ist sie hackt sich überall rein und und naja Hi Aha Wo sind sie brauchen sie da unten Hilfe Nein ich arbeite besser nicht gut Franklin kannst du mich hören falls du mich hörst Hilfe ist unterwegs die Sache ist die Dialoge sehen zwar ein bisschen blöder aus mit den Wachen aber keine Sorge es wird später noch um einiges besser obwohl es nicht wirklich schwer ist ja was nichts Neues ist wenn ich wenn ich irgendwas sehe Victor ses stirbt dieser Aufseher habt ihr verstanden ich habe ja ja ein schönes Spiel für Mädels sehr viel Vibration in den Arm egal ihr habt nichts gehört was ich gerade gesagt habe das funktioniert ist auch eine Sache